Hallo, ich bin die Judith, bin 22 Jahre alt und in der Gesundheitsbranche tätig. Da bin ich gelandet, weil ich seit meinem sechsten Lebensjahr selber eine Autoimmunerkrankung hatte an der Schilddrüse. Meine Passion und meine Leidenschaft ist es jetzt, Menschen zu zeigen, woher kommen Krankheiten, was sind die Ursachen von Krankheiten und ihnen auch wieder das Vertrauen in ihren Körper zu vermitteln. Zum Thema Körper, ich bin auch Model und bin heute hier in Regensburg, habe den Titel Miss German Sport Union für Jahreszeiten bekommen, freue mich riesig dafür. Und bin mal sehr, sehr gespannt, wie ich das jetzt auch in die Karriere mit einbringen kann, wie mir das da weiterhelfen wird. Bin super dankbar, Teil der MDSU-Family sein zu dürfen, grüße euch alle ganz, ganz herzlich, freue mich schon, euch persönlich kennenlernen zu dürfen. Und mein ganz besonderes Dankeschön gilt dir, Wolfgang Tilli, wünsche dir von ganzem Herzen eine gute Besserung und bleib uns noch lange erhalten.